Die Schweizer Filmpremiere auf SRF 1. Ihr Familienglück ist perfekt. Wann heiratet ihr eigentlich? Sobald ihr einen billigen Ring gefunden habt. Doch ein trauriger Befund Unser Kind ist vielleicht behindert. Das ist jetzt einfach mal der Doktor. Zwingt sie zu einer Entscheidung Es ist doch einfach ein Kind. Ich will es zum Gehörn haben. Die ihr Leben für immer verändern wird. So ein Kind passt nicht in unser Leben. Merkst du nicht, dass du es gerade unser Leben kaputt machst? Ich will einfach sicher sein. Ich weiss nicht, ob ich noch sicher sein will. Pass auf! Unser Kind 9. November SRF 1